Jetzt geben wir voll Gas, zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz, wir spielen weiter Kingdom Hearts, Final Mix 1. Genau an der gleichen Stelle, ich bin immer noch genauso genervt wie vorher. Ich glaube, ich quere mich auch schon genug rum, also ich glaube vielleicht auch, ach geht ja nicht, ne? Ich stelle Schwierigkeiten gerade runter. Ich bin immer noch nicht mehr. das wird doch wieder nix was auch nicht machen soll ich weiß nicht warum ich so instant sterbe ja 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 Das war's für heute. 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 Komm schon! 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 Ich weiß nicht, dass es die Schwachstelle ist, aber... Hey... Karma! Die Kraft der Heilung erhalten! Ich bin gerade gekommen! Oh, Heilvita! Oh, ich wusste gerade, dass es das gibt! Oh, geil! Ich weiß nicht mehr, ne? Aber... Ach, geil, 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 geil... Sexy! Richtig sexy! Na, Ketchup? Na, Ketchup? Oh, komm her, knuddeln! Alles klar! Alles klar! Wir haben... Wir haben... Wir haben ihn gerne von euch fern gehalten! Und... 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 Wir nehmen erstmal... Wir nehmen erstmal das wieder weg... Mal gucken... Mal gucken... Mal gucken... Mal gucken... Mal gucken... Mal gucken... Clelection... Zink... Verst... Eis ist irrelevant. Ähm, erstmal... Ahm... Was wollte ich noch? Eh, alles... Äh... Sie haben nicht alle ausgemacht... Die, haben alles aufgebracht, ja? Kann ich eigentlich wählen? Ah cool, das geht auch, ja... Wer will, ich sammle die gar nicht, also ja schon, aber ne, ähm, mit Trill, mit Trill, Ah nein, 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 oh Gott, oder, 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 Kalkon, da geht's hoch auf jeden Fall, aber ich hol mir erstmal die hier, für den Zufall gleich richtig gelandet, äh ja, so, ja, ja, oh, wow. hallo sie sind schon noch höher aber die kamera ist hier echt creepy es scheint richtig zu sein sie sind hier Freunde da Sie Freunde Oh, jetzt habe ich es geschafft Das bedeutet Herz 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 Oh, das bedeutet das Herz Herz Clayton Lose heart No heart No see friends No heart No friends Sorry about what I said I'm sorry too Yeah, all for one, huh? Piff Piff I think someone has a new admirer Hehehe No, 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 no Did you even kill me? Hehehe Da auch wieder eine richtige Aussage Ich sag mal, ne? Wives und so Der Rad der Neuen Der Rad der Bösen Der Rad der Neuen Der Rad der Neuen Was drew the Heartless to that world? Der Hunter lured them there Der Hunter lured them there He got chopped Instead Christmas Before Nightmare Oder so, ne? Da wo es der Dicke Befrag mich jetzt nicht wie er heißt Jafar Kennt man Geil But the boy is a problem He found one of the keyholes Fear not It will take him ages to find the way Besides He remains blissfully unaware of our other blood Yes, the princesses They are falling into our hands One by one Speaking of which Nah Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen Wo ist überhaupt euer Chef? Also nicht weit weg Sora, Tarzan, Freunde Oh, wir haben mal ein neues Schwert erhalten Hm Option Ausrüstung, aber Okay, guck ich gleich mal Die rote Trio Tech Oh, bla bla, ja Diese Gummikacke interessiert mich halt Einen feuchten Schiss, Alter Hallo Ich muss jetzt nicht hoffen, ob ich nicht noch fliegen, oder? 3 1 2 Die Stadt Travers Das muss ich noch erledigen, würde ich sagen Hm Hm Das gucken wir nochmal kurz Nein Taiỡ Ich kann es schlecht K welcoming Das ta tentst Ich hätte nachher ich mache es macht halt alles keinen sinn weil ich bei der dieser steuerung ich mache ich sehe bei dieser scheiß starke nicht durch machen das ist toll jetzt dran jetzt ich hau die einfach irgendwie ran einfach irgendein hässliches scheißdrecks ding machen irgendwas hauptsache es fliegt dort wird ein flieger sollte ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Haufen Sorry, ich seh da halt nicht durch Flugklau sind wir Warp, Transform, Schild, Nein Tempo 1, Schild 3 Ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung Gut, zurück Ich will eigentlich speichern Einmal versuchen, ne? Okay Wie war das noch? Alter, ey Ich hab ne Weapon, Alter Oh, Schindler Oh, Schindler Oh, ich hab ein Leben wieder zurückgekriegt Aber da konnte ich ja gar nichts machen Ich hab ja raufgehalten die Sonne Und beim nächsten Mal muss man gucken, dass wir die Arena schaffen Eine Gummischleude fliegt irgendwie Obwohl sie nicht fliegen könnten dürfte Die Waffe ist nicht die geilste Oh, die Ruckers Oh, die Ruckers Alter Alter, wie lange aber diese Scheiss Flügel sind, ne? Vielleicht beim ersten Mal will ich es geschafft Soviel Kummi wie an uns dran ist, aber Reißzahngummi Speichern Ich hoffe es hat euch bis hierhin gefallen Wenn ja, lasst gerne Ein kostenloses Abo da Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal wieder Ich bin raus Tschö Zocke mit Herz Ich bin für euch da Zocke mit Herz Keep your head up Zocke mit Herz And make the force be with ya Always